Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde LOL. Bei mir sind der Niklas, hallo. Hi. Der Nico. Moin. Und der Pascal, wenn ich deinen Namen noch weiß. Äh, nein, Philipp, hi. Oh, sorry. Ja, der Philipp und nicht der Pascal. Mit Namen merken habe ich es nicht so. Ja, heute mal mit ein bisschen mehr Leuten als das letzte Mal. Genau gesagt, eine Person mehr. Ja, wir haben heute nur mal einen Random dabei und nicht noch einen Eddie Carey, der die Hälfte der Zeit AFK ist. Yep, und ich mache zu abwechslend mal Trash anstatt Ramos. Und ich werde verkacken, weil ich schon ewig keinen Support mehr gespielt habe. Ach, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, der Renga wird das schon regeln. Ja, ja. Ja, irgendwie schon. Rengo macht das. Ich finde es so geil, der Name von Cogma, der passt nicht in den Balken rein. Bei mir auch nicht. Game, Characterskin, Displayname, Cogma, 5. Wir haben da, glaube ich, irgendwas verkackt mit dem Namen. Ja, das ist ein Bug. Finde ich geil. Ja, das war bei Pantheon auch so. Da haben die Fähigkeiten einfach vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so, war das einfach alles, war das sogenannt Game, blablabla. Und dann immer, dazwischen gibt es ja keine Leerzeichen, das ist das Problem. Deswegen muss man ja immer Unterstrich machen. Jo. So, das Spiel dürfte bald mal starten. Meine Maus hat bereits auf den LOL-Status umgeschaltet. Ja, meine Maus leuchtet normalerweise rot. Das ist so eine Normalbenutzung. Dann, wenn ich Battlefield gehe, dann kann ich den Modus umschalten, damit es ein bisschen direkt ist. Und bei LOL macht das selbstständig auf pink. Ja, das ist dann ja gut. Jo. Ich hab mal kurz eine Frage. Kann jeder von euch einmal kurz den YouTube-Name sagen? Ja. Jupp, mein Name ist Mr. Swisszocker. Ich bin Nickname Pictures. Ich bin Surfy Gamer. Und ich bin der Klappstuhl. Auch schwierig an deinem Namen zu erkennen. Bei Klappstuhl kommt mir immer eine Szene der PS-Profis in den Sinn. Kennen Sie die? Mr.? Nein. Nee. Das ist so, nee, das ist ein Outtake. Das sind so Typen, denen kannst du eine Anfrage schicken, wenn du ein Auto suchst. Und die suchen dir halt ein Auto. Ja, das weiß ich. Ja, und die haben dann so einen Outtake, wo sie halt, wo sie es nicht gebacken kriegen, den Klappstuhl aufzubauen. LOL, mein Spiel ist abgeschützt. GG. Yay. Nice. LOL, Classics. Ach Gott. Dammit. Aber ganz ehrlich, was erwartest du von LOL? Ist halt so. No, aber ich hatte so weit noch nie. Krass. Na, ich etwa fünfmal heute. Ja. Gerade eben im Game, allein schon zweimal. Ähm. Niklas, was soll ich für dich zuerst skillen? Irgendwie den Hook oder, oder, oder? Am besten den Hook, ja. Okay. Wow. Seit langem wieder mal jemand, der viel Glück wünscht. Sieht man selten. Ja, aber ich sag mal, ist ja auch unnötig, ne? Bei den, bei den, ich sag mal, Leuten, die man so trifft. Man sagt ja, man sagt ja eigentlich immer so, sowas wie Minecraft Community und so, ich sag mal, ist jetzt vielleicht nicht ganz so scheiße. COD Community, richtig kacke. Äh, Cisco Community geht noch. Und, ähm, LOL Community ist ja eigentlich entweder kein Thema oder, oh, da bist du wieder. Da ist er wieder. Oder, ähm, es ist, oder es wird halt gesagt, eigentlich ist das eine ganz gute Community, aber irgendwie ist es dann doch so, dass man, wenn man dann auf einer... Das Flame, das ist das Schlimmste. Ja, genau. Wenn man dann auf einer Elo ist, ich sag mal, wie ich gerade, auf Silber, die flamen einen, egal was man macht, auch wenn man einfach, auch wenn man das ganze Game carriert und einfach der Einzige ist, der was kann, genau dann wird man geflamed, ne? Richtig sinnvoll. Oh ja, das kenn ich. Aber das, das siehst du überall, auch in Gold, überall. Ne, ich spiele ja hauptsächlich eigentlich Racing-Spiele und ich da finde ich die Community eigentlich ziemlich okay, wenn man nicht gerade irgendwelche Kinder hat, die einen die ganze Zeit wegrammen, wie zum Beispiel Need for Speed World, dann ist es, ist die Community eigentlich ziemlich geil. Wir können weg. Ich freue mich ja auf World of Speed, heißt das, glaube ich, das ist so ein Free-to-Play-Game. Mal schauen, vielleicht werde ich da auch noch was aufnehmen. Das kommt ja bald raus. Wie gesagt, Free-to-Play-Game. Mal schauen, vielleicht, vielleicht nehme ich da auch mal was auf. Oh, Seele, 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 Seele. Ich finde, das ist so geil bei Trash, die ganzen Seele. Trash, der ist so OP, ne? Die ganzen Seele. Oh, ja. Das geht ganz schön ab, doch. Aha. Du kannst vollständig eigentlich auf... Ah, Mist. Was ich auch geil finde, ey, er kriegt ja AP dafür, ne? Er kriegt echt AP. Aber dafür kriegt er ja keine Armor pro Level, sondern muss das halt wirklich alles decken, ne? Ja, ja, das... Aber ich sage mal, das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn du da ein bisschen kannst, dann ist es... ...gut. Ja, das ist ja auch nicht schwer, so. Komm her. Ah, Mann. Ja, vollgekotzt. Geile Scheiße. Amo im Jungle. Du sollst laufen, nicht attacken. Das überlassen wir Niklas. Ach, shit. Den brauche ich, den brauche ich, den fetten. Ja, den habe ich. Oh, sag doch was, dass Mitte so ein Freekill ist. Ich komme! Freekill, und der kommt. Darf ich grappen, wann immer ich will, oder... Ja, du darfst... Du musst mir nur eine Laterne hinschmeißen, ne? Ja, ich habe noch keine. Ja, muss man eigentlich direkt auf Level 1 skillen. Ja, wie gesagt, meine Hooks sind legendär. Was? 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 Die Q kam nicht raus. Jumet! Das kann nicht sein. Wie gesagt, meine Hooks, die werden legendär. Ich habe es gerade perfekt demonstriert. Boah, dieser Hook war echt legendär, muss ich sagen. Kann nicht sein. Nee, aufschuldigung, jetzt nicht die Mitte. Nicht die Mitte. Oh yeah, oh! Die Minions sind so fehl. Die sind... Grab die Minions! Genau so wie Grint heute. Boah, Alter. Die Minions are over 9000. Oh man, die Zone hat mir jetzt mehr Damage gemacht, als der scheiß Kogmann. Sei überhaupt gefeiert. Ups. Ich sollte ja nicht attacken, stimmt. Ist egal, ist egal, wenn du sie attackst. Das Schlimme ist nur, wenn du, ähm, wenn du sie, äh, wenn du den Auto attack, den Last machst. Ja, dann Last Hit. Ja. Das kann ich sowieso nicht, von dem her. Also, normalerweise kann ich es nicht, aber irgendwie... Ja, nur manchmal kommt da so ein Zufallsprodukt ja raus, ne? Hab ich! Oh, dieser legendäre Hook! Komm! Nein, 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 nein! Oh, shit! Jetzt kommt Amumu. Amumu in the house. Boah, rennen, rennen, rennen! Also, ich muss back. Ja, ja. Mach mal. Du musst noch ein bisschen hierbleiben. Du musst noch ein bisschen hierbleiben. Ja, klar. Ist klar. Ähm, Achtung, da kommt Namumu, ne? Hau ihm die Fresse breit. Pass auf. Alter, ne? Der... Wie heißt das Ding? Vladimir. Das Ding. Ich komm damit gerade nicht klar. Geiles Ding. Ähm, was magst ich nochmal auf Trash? E. Ja, deine E. Okay. Lauf weg, lauf weg. Und danach machst du deine W am besten, weil das Shield ist richtig... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Probier nur zu Last Hitten. Ja, ja. Oh Gott. Pass auf, hier ist der... Der guckt mal auf, meint irgendwie hier was rein schmeißen zu müssen, obwohl da niemand steht und niemand ist. Oh, und krieg ich... Ah! Nee, nee, krieg ich nicht mehr. Ähm, Gegner fehlt. Ah, doch nicht. Komm, komm, komm. Geh rein, geh rein, geh rein. Hol... Hook ihn. Ah, ja, okay. Probierst du mich da? HAU! Bitch! So, komm, den kriegen wir auch noch. Ja, ich weiß. Falsche Richtung. Stirb! Tomate! Nein! Nein! Ich kann nicht. Hm? Nein! Alter, der war so knapp. Hast du so gefailt wie ich, oder was? Noch größer, Alter. Meine legendären Grabs, Alter, die sind... Boah. Die sind legendär. Die sind richtig. Boah, Junge. Dieser Grabs, Alter, wie kann man den so fangeln? Man nehme einen Mr.Swisszocker und gebe ihm einen Computer zum LoL-Spielen. Boah, ich bin nicht Level 6. Ja, ich bin noch Level 5. Ja, ist... Also, wenn ich Level 6 bin, komme ich mit da und dann töten wir den. Hoffe ich. Hoffe ich? Scheiße, Wotlane ist schon der Koppement Level 6. Was ist eigentlich dem seine Ulti? Der schmeißt somit Kotze von oben runter. Noch mehr Kotze. Die epische Kotzerei. Ja, aber richtig. Also, ich warte jetzt, bis du Level... Oh, nee, ich muss da rein. Geh weg, geh weg, geh weg. S, S. Dum, du, 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 du. Alter, der, ey, der kann doch nicht sein. Ey, was... Mach ich denn. Egal, sonst hast du ein Double. Ihr Ding ist, ist shoppen. Jo. Ich guck mal. Komm, krieg ich. Ähm, er ist zurück. Jo. Welcome back, du scheiß Kotze. Ding. Was? Alter. Ähm. Er wird jetzt zur Zeit nur in der LCS gespielt, ne? Falls das sich jemand anguckt. Nein. Wie kann ich meinem Kollegen hier sagen, dass er keinen Out-O-Attack machen soll? Auf S. Und du musst Out-O-Attacks ausschalten. Alter. Komm, 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 wir kriegen die nochmal. Jetzt, komm, jetzt, rauf. Ja, bitch. Äh, fail. Ich sollte den nicht wegschmeißen. BAM. Schönes Ding. Jetzt habe ich Ulti, jetzt, wo wir ihn gekillt haben. Komm, da weg. Oh, Mist. Da habe ich voll verpennt. Äh, was genau ist die Ulti von Vladimir? Das er, ähm, ich sag mal, so einen Plop hat. Er macht die Ulti auf dich, macht dann Damage und dann ploppt die nochmal. Oh. Ich weiß nicht, irgendwie am Anfang vom LOL-Spiel habe ich immer nur so 35, 40 FPS. Und irgendwie nach einer Zeit geht es dann wieder hoch. Oh, sorry. Äh, ist egal, ist egal. So ein oder zwei Minions, vollkommen irrelevant, ne? Einfach Tower, Tower, Tower. Also, bei mir seht ihr das Ganze dann zusammengeschnitten. Hallo! Highlights? Ach, fuck, ich hätte Ulti machen. Ich bin, ich bin Ochse, Alter. Ich bin ein richtiger Ochse, Mann. Ich hätte meine Ulti machen sollen. Also, jetzt wird Flash, ne? Ist egal, ist egal, fest. Jetzt muss ich Kekse fressen. Ich habe gleich meine Ulti, ich habe gleich meine Ulti zweimal. Aktiviert in der Zeit, in der du sie einmal aktiviert hast. Und die war, die, das erste Mal war sogar sinnvoll. Nice. Nice, schön. War aber knapp. Hä? Ja, dann ist ja wenigstens spannend. Immer positiv. Immer die positive Kekse. Aber ich, ich verstehe den Champion nicht. Wir haben den ja neu gemacht jetzt. Oh. Oh, Moment. Oh, komm. Oh, nee, nee. Ja, nee, 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 nee. Kriegt mich doch eh nicht. Ja, je, noobs. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn tun gegen mich? Ich bin einfach zu OP für euch. Einfach zu OP. Sorry, äh, bei mir hat gerade jemand angerufen. Fan. Äh, ich hau mir mal Boots rein, weil ich so eine lahme Ente bin. Ja, es sind wirklich alle gerade noch. Ich nicht mehr. Oh, hier ist eine Ammo. Oh, pass auf, die kommen alle, ne? Komm hier. Ich würde ja gerne rüberjumpen, ne? Ja, ich nicht. Oh, nee, ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Komm, komm, komm. Hier, hier, hier. Lantern, gib die Lantern. Gib ihm die Lantern. Ah, jetzt töte die. Go, Jungs. Das war der Bait auf du. Wie? Wie? Stein, motherfucker. Wie viel Schaden macht der? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Warte, warte, warte. Gleich? Nein, nein. So, Midlane hat er nicht verloren. Ja, hab hier. Jawohl, ja. Versteh den Midchamp nicht da. Komm, wir gehen, wir, let's go. Versteh den nicht. Let's go, der Lappen-Vladimir wird jetzt gerailt. Nein, Vladimir. Ich meine der Gegner hat den Vladimir. Ich versteh den Champion nicht. Der wurde ja jetzt neu gemacht, aber ich... Der macht ja anscheinend richtig fetten Schaden doch. Ich glaub, der bringt euch alle drei um. Also Wayne ist tot. Nein, bin ich nicht. Ah, fuh de fuu. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Die Skills of Doom mit einem Leben überlebt. So muss das sein. Richtig sinnvoll. Dann noch auf der Lane zu bleiben und extra... Macht dieser Kogma eigentlich Magie-Schaden oder normal? Ähm, guck mal. Kannst du im Grunde auf beidem spielen. Nur er spielt, denke ich mal, AD. Ja, er spielt AD. Okay. Wäre auch dämlich, wenn er keinen AD spielen würde. Ganz ehrlich. Er spielt auf der Boardlane. Hilfe. 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 Ich verschwinde. Manu, kommst du? Oder... Oh ja, okay, du kommst weg, Philipp. Mach deine Weh, nutz deine Weh, nutz deine Weh. Ich hab meine Weh derzeit nicht. Achso, dann ist das nicht so gut. Oh, der haut ab, Freunde. Lauf hier rum. Alter, ich muss ihn so ein bisschen... Oh Gott, oh Gott, jetzt muss er... Kannst du zum Dragon rüberjumpen? Pass auf, Boardlane kommt, Boardlane kommt. Och nein, Mann. Mist, jetzt hätte ich beinahe die Lantern schmeißen können. Äh, da kann ich aber nicht hin, ne? Jumpen. Was? 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 Ich check's. Ja, ich hätte sie in eine Lanterne schmeißen können. Und dann hättest du zu mir hin teleportieren werden können. Dann wärst du gesaved gewesen, vielleicht. Du meinst, du hättest ein Auge hinmachen können? Nee, ne... Nein, kein Auge. Was ist ne Lanterne? Oh, Minion Hooks, OP! Das ist ne Lanterne. Achso, achso, achso. Next Level Hooks, next Level Hooks. Nichts Level Hooks. Ja, achso. Ne dunkler Weg. Ich glaub, ich brauch gleich mal Blue. Guck mal, das ist ne Lanterne. Mach mal, drück mal. Ja, ja, ich... Ich, ich kenn die Lanterne, äh, Lanterne. Boah, das hat mich sogar gesaved von der Old von ihm. Boah, der Typ macht so schade, ne? Mist! Komm her! Komm schon her! Mann! Oh! Leben! Oh, shit! Ja, ich wollte, ich wollte, ich brauchte Leben, ich brauchte Leben. Ich hab deswegen nur die Minions attackt. Weil, Ding ist, ist eh hinter mir hergekommen. Ich glaub, wir sterben beide. Oh, oh, geh weg! Das wär jetzt nicht so optimal, ne? Wenn ihr jetzt beide sterbt. Nee, der wär ganz und gar nicht optimal. Oh, geh weg! Geh weg! Oh, Gott, Alter, was macht der denn für'n Schaden und wie hieß das? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich glaub, du schläfst jetzt auch noch, Dude. Ja, Alter, ich hab full life. Ich komm aus der Base, ich sterbe. Äh, Junge, du weißt glaub ich gar nicht, was für'n Schaden der macht. Doch, ich hab ihn ja gerade eben... Warte, warte, warte. Jetzt kommen gleich Raps of Doom. Auf Doom treffen's eher. Das mit dem Doom passt. Watt? Nein, okay. Ich wollte jetzt nicht beleidigen. Ich hab's eh nicht verstanden. Äh, gib mir jetzt zurück zur Botlane. Äh, gib mir eine Laterne. Gib mir eine Laterne! Gib mir! Entschuldigung, war gerade einmal ganz kurz weg. Ähm, ja. Ich hätte fast mit dem Hund rausgehen müssen. Oh, schlimm. Das wär ja Weltuntergang gewesen. Aber ich glaub, die Midlane ist ohne mich hier besser dran. Das hätt, das ist, äh, passt vielleicht sogar. Obwohl ich eben noch glaub ich... Immer ihn fokussen, ne? Immer ihn. Yep. Obwohl ich eben glaub ich noch, ähm... Der Fuck. Alter, die Hucks hier, die Hucks. Diese OP-Hucks. Die sind einfach nicht zu übertreffen. Die sind, also die sind Beste. Beste sind die. Wenn wir Levels... Ähm, also beziehungsweise... Bist du kurz vor Level 10? Ähm, nein. Ich bin gerade so in Level 9 angekommen. Ah ja, ich bin fast Level 10. Wenn ich Level 10 komme... Gehen wir sofort rein. Sofort rein. Du huckst ihn und dann... Let's go! Maa... Huckst dir an. Hups, ups, ups. Huckst dir an, ich hab keinen dritten... Ich hab keinen dritten... Äh, Attack drauf bekommen. Huck ein, huck ein, huck ein, huck ein. Boah, zieh rein. Ehh. Maaann, nein, das gibt's doch nicht. Was zum Geier. Das gibt es nichts. Was macht denn? Okay. Kannst du ja gar nicht mehr aufhalten, ey. Ich komme, ich komme, ich komme mit meinen... Mit meinen Ultra Boots. Nee, 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 nee. Oh, mit der Ultra hat das endlich geschafft. Ja, Botlane Tower ist jetzt auch down, ne? Jep. Alter, guck, Maa ist einfach so OP, ne? Der macht so viel... Ey, komm. Wir gehen hier rein. Also, er hat sich jetzt auch Kranz gekauft. Ja, ist okay. Oh, da ist ja... Da ist ja der Mumu. Der Mumu. MUT! Ja, der Dubs. Ja, drauf? Nein, nein, nein. Ich bin unterwegs. Aber die gehen auf mich drauf. Okay. Let's fight now. Ups! Au! Ich kann nicht drüber! Wie der Kock mal direkt auf mich losgeht Au! BAM! Come on, come on, bitch! Neem, neem, neem! Ich bin immer noch Level 9, ne? Äh, Mitte! Ich komm Mitte! Ich push kurz bot ein bisschen Oh! Hey! 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 Ähm, ja, Rengar? Kommen Sie? Äh, ich komm, wir stellen beide Oh, ja, ja! Diese, diese Motivation, die... Nee, ich sag ja nur! Ich will das alles für den Schaden der macht! Bitte! Das mach ich ja die ganze Zeit, ey! Komm, nachher macht er uns One vs. Five! Das ist doch mal! Darum hab ich Heal eingesetzt! Kann mir das mal wer sagen? Also immerhin hat's, ähm, hier Nico gerettet! Na, dann schon! Wie gesagt, ich kann gar nichts! Komm, wir holen uns Dragon, wir holen uns Dragon! Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, eigentlich noch aufzuholen! Ich seh uns gar nicht mal so schlecht! Ja, da ist, da ist, da ist, äh, er guckt mal... Hey, bleibt hier drin! Ich hab keine Woid. Ich hab keinem Weg, ne? Ich hab keinem Weg. Ja, ist, ist okay, ist okay. Okay, dann mach. Anfang mal an! Okay, haben wir Und ich krieg ihn Ich geh kurz botlane Oh, gib mir die Laterne, gib mir die Laterne Ja, warte Ey, ist okay, ist okay, brauchst nicht mehr Und jetzt alle back, shoppen, shoppen Ja, ich hab kein Geld Achso, wieso nicht, wir haben Dragon gemacht Danach hast du kein Geld, oder was? Ja, keine Ahnung, 300 Okay, dann brauchst du nicht shoppen gehen 400 Achso, du warst gerade vorher erst War auch vorher, aber ich hab 1000 jemanden Aber allein jetzt hier zu bleiben ist scheiße Ja, komm jetzt holen wir uns den Ja, okay Nein, wir holen uns den Scheißdreck Ach, fuck Guck's dir an Alter Wie der uns auseinander nimmt Wie der alles fickt, alter Wie der alles Ihr spielt aber 9-5, ne Das ist, ich sag mal Noch Ich sag mal, okay Das ist nicht mal so stark Ja, sagst du Nachdem er dich irgendwie mit 3 Hits oder so In Arsch gemacht hat Äh, was muss man sich mit Vayne nochmal kaufen? Erst, äh, Blade of the Ruined King Und dann Alle Midlane, komm Infinity Edge, oder was? Ah, ich hol mir jetzt einfach Infinity Edge Start weg, ich glaube Ah, ich hol mir einfach Infinity Edge Geh einfach weg, Philipp geht Ja, der macht so'n Schaden Naja, der hat's keine Chance Jetzt müssen wir einfach gucken, dass Garen pusht oder sowas Ich kann jeden 1 gegen 1 fighten, außer den Ja, der heilt sich ja auch immer so krass Ja, das ist so scheiße WT Oh, ich muss noch ins Base Wir müssen einfach einen, äh, Splitpush machen Ja, sagst du Müssen einfach Splitpushen Ja, GG, jetzt ist Amumuha noch da Das können wir gleich einpacken Ja, ich hab keine Ulti, das ist dumm Ich geh mal kurz zurück in die Base Ja, wir müssen alle drei, äh, alle zusammen, ähm, auf Dinges gehen Alle auf Kommando Und auf Vladimir Ja, klar, auf Vladimir, wen denn sonst? Auf Kommando, nein, auf Vladimir Wer? MET! MET! MET Live Hooks, come on Du musst einen Hook treffen Du musst gleich einen Hook treffen Ja, ja, ja Erklär das meinen Skills Nein, nein Fuh Ja, okay, das mit dem Hooken ist dann mal gelaufen, würde ich sagen, ne? Jep Ja, und die machen uns einen Arsch Und wie die uns einen Arsch machen Oh, dieser Vladimir Boah, der Vladimir, alter, seine Ulti hat mir alleine 23% des Lebens gezogen, ne? Allein seine Ulti Er krieg Triple Kill Alter Du kannst den nicht stoppen, der heilt sich, wo Ja, Wladimir, also Der Wladimir ist eindeutig zu OP Komm, put, 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 put Grab Nooooot Oh, diese Skills Wir müssten probieren, am Tower zu fighten Oh, nee, 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 nee Non, na, non, 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 non Ja, du bist eh da, und, das war klar Und dann diese Suppe, Alter Ich könnte kotzen Und nix, nix, Level, nix, Level Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich mit deiner Kotze in Ruhe Lass mich mit deiner Kotze in Ruhe, lass mich mit deiner Kotze in Ruhe Ja, geschafft's, nix, 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 nix Na gut, 2 in 1 krieg ich sie jetzt nicht, aber ich krieg immerhin so ein bisschen Was anderes, Board Lane, also ich geb Board sofort nach der Wave So, ich mach mich schon mal aufs Socken Ist auch immer gut, wenn du mir ne Lantern gibst, ne? Da bin ich einfach schneller Ich glaube, der Blue Buff ist, ah, der Blue Buff ist dran Kann ich den haben, oder? Kann ich? Ja Alle Mitte, ja, natürlich, sie groupen jetzt Was sind das für Lappen, die wollen einfach finishen, was für langweiler Ja, komm bitte, und sie schaffen das auch Ich geh back Weil wir können den Bloody Mini aufhalten Ja, wir können den einfach nicht aufhalten, das ist einfach so Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg Wir, wir fighten jetzt nur unterm Turret Problem ist, die haben einfach Die haben einfach flattig Oh, too much damage Wo ist dieser verdammte Da Ja, guck mal Hallöchen Puppöchen Einmal krieg ich nen Hook hin Ein verdammtes Mal Und es bringt nen Scheiß Ist ein Witz, Alter, sie kriegen uns am Tower Sie kriegen uns am Tower Okay, das war's dann Jupp, dat war's Also ich hab wenigstens noch meinen Infinity Edge durchgekriegt Ja, okay, ich würd sagen, das war das heftigste Game Also, ne, okay, nicht das heftigste Game, ich wurde schon mal heftiger geraped, aber LOL Wir wurden ja noch niemals geraped Aber ja, Vladimir, wir konnten selbst zu dritten nichts gegen den machen Wir konnten selbst zu fünf nichts gegen den machen Naja, gut Dann würd ich sagen, war's das für diese Aufnahme von, äh Ja, LOL Ziemlicher Fail Ja, dank mir Ne, ich hab ja auch gefehlt Ja, wir haben alle gefehlt Ich hab mega gefehlt am Anfang Die einzigen, die nicht gefehlt haben, war Garen und ich Jupp Ich war ja mal der Überfehler Ja, aber Jetzt lass uns nicht tot haten Ja, egal Ja, auf jeden Fall, wie immer, Links zu den anderen in der Beschleibung Die werden beschlagnahmt In der Beschreibung So rum Ähm Und ja In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal, Leute Jo, ciao 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 Ciao